Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken, meine geliebte Community. Nun sind wir wieder da bei einem weiteren Weekly Chess Opening Video hier auf meinem Kanal. Ja, jetzt sind wir gespannt. Wir haben nur den lieben Brocken, aber lass mal reingucken, was der für Lootglück hat. Ich hoffe, es droppt was, was ich... Ähm, ja, ich hätte doch gerade so das Gefühl gehabt, eine wunderschöne, ähm, eine wunderschöne Hose wäre eigentlich sehr geil gewesen. Obwohl, ja, die Heizkette könnten wir mal gebrauchen. Die nehmen wir mal mit, ist jetzt aber nichts, ähm, nichts berauschendes. Ähm, ach, sag mal hier, 17er Seuchen. Ja, ich habe mich jetzt zum Beispiel sehr über ein paar, äh, tolle Sneakers gefreut. Ja, dadurch, dass wir ja ein anderes Legendary spielen mussten, ähm, ja, habe ich immer wieder Schuhe leider immer wieder weggeworfen. Weil ich mir dachte, ja, scheiß einfach drauf, brauche eh keinen Mensch. Ja, dann auf einmal ein neues Legendary und man hat einfach keine geilen Schuhe. Jetzt hat man wieder blaue 2,30er, das ist natürlich richtig, richtig geil. Ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, ihr hattet einen relativ guten Loot in eurer Weekly Chess drinnen. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, wie euer Loot für die heutige Weekly Chess aussah, top oder flop. Ansonsten könnt ihr gerne, wenn euch das kurze Informationsvideo bezüglich meiner Weekly Chess gefallen hat, einen Daumen nach oben dalassen, dann weiß ich das, denn Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Träumchen und bringt diesen Kanal hier natürlich auch einfach wieder voran. Ansonsten könnt ihr hier oben rechts gerne auf kostenloser, freier Basis ein Abo dalassen. Dann werdet ihr immer informiert über World of Warcraft Content, egal ob Tipps, Tricks, Guides, News oder auch Livestreams. Livestreams finden einmal hier auf Twitch statt und einmal finden die auf YouTube statt. Wenn ihr sagt, ach einen kostenlosen Follower auf Twitch, kann ich gerne empfehlen. Der Link dazu befindet sich unten in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für so viel Support und Liebe in der letzten Zeit hier auf diesem Kanal. Dankeschön, Dankeschön. Kann man einfach nicht oft genug sagen. Und nun bin ich auf jeden Fall raus. Haut da rein, euer Brocken.